einen wunderschönen guten morgen es ist 8.53 mittwoch der 8 märz mein name ist carlos martins und sie hören uns live aus dem traders club trading raum und wir bereiten uns auf unseren dax trade vor wir haben heute morgen eine trading range von gemessen ja immer von 8 uhr bis 8 uhr 55 von 22,3 punkte das seht ihr hier links wo mein fadenkreuz ist wir haben das tief bei 11.920 das hoch bei 11.943 wir haben ein kleines gap hier von gestern auf heute als eine kurslücke wir werden die box nicht verkleinern nicht vergrößern sondern wir nehmen sie so wie sie jetzt ist ich platziere hier im tool seht ihr breakout linien platzieren jetzt wird eine rote linie das ist denn die verkaufslinie die grüne ist die kaufslinien die passen wir an risiko 0,20 auf uns von unserem konto und jetzt drücke ich hier links auf den button an und jetzt ist die order scharf geschalten die ist jetzt platziert somit würden wir bei 11.920 short gehen und bei 11.943 long gehen also short heißt verkaufen den dax und long gehen heißt den dax dann kaufen melde mich dann gleich bei der markteröffnung noch mal 9 uhr wir sind short getriggert unser tech profit liegt bei 11.908 tiefer bei 11.913 9 uhr die ersten erste minute ist jetzt um melde mich gleich noch mal wir sind im zweiten trade im dax er hat also unten das nicht geschafft unser gewinn ziel liegt jetzt bei 11.915 so noch paar punkte fehlen hier ihr seht es zieht der dax zieht an 54 gehandelt jetzt müssen wir ein drüber dann 0,9 war schon gehandelt so wie sagt raus im zweiten trade und ich zeichne kurz den die beiden trades ein so der erste trade hat er uns hier wie man in hamburg sagt hier geflaxt und dann hat er gedreht und dann wird ja die zweite position mit unserem multiplikationsverfahren erhöht und somit werden dann sobald unser gewinn ziel ist beide positionen hier geschlossen und somit ist dieser trade im dax erfolgreich abgeschlossen das ist dann auch der 158 tritt in folge und gucken wir mal wie es morgen wird und wünsche euch allen ein erfolgreiches handeln und wenn ihr lust habt die box selber mal zu testen könnt ihr auf unserer seite gehen traders club 24 eine demo beantragen und selber die dax eröffnung traden ansonsten könnt ihr unserem video daumen hoch machen wenn euch das gefallen hat ansonsten gute trades und dann bis morgen